Meine Familie wurde von der Höllenbrut dahin gemetzelt. So etwas mit ansehen zu müssen, kann einen um den Verstand bringen. Der Wahnsinn tötete meine Schwester. Ich war allein und verängstigt. Bis ich gerettet wurde. Gerettet von Überlebenden, die gemeinsam die Welt von den Kreaturen der Hölle befreien wollen. Sie erkannten in mir die Stärke, den Dämonen zu widerstehen. Und sie formten mich zu einer Waffe. Nun bin ich bereit. Ein Meteor ist auf Tristram niedergegangen. Und daraufhin sind die Toten auferstanden. Ich werde sie in ihre Gräber zurückschicken. Einst war ich Gejagte. Nun bin ich die Jägerin. Ja auch nicht. Sehr gut. Ich werde sie in wenigstens im Glück. Ich werde sie in wenigstens an. Ich werde sie in beschuledn. Jetzt headbeitu.